Musik Moin Leute was geht und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Far Cry 4 mit mir in der Showbox und dem Saschen Cola Moin und wir sind endlich im Koop Modus mit dem Showbox auf der Far Cry 4 Welt Wir spielen auf meinem Spielstand, weil wir es können Genau auf deiner Welt, beide den Recover Bogen mit dem geilen Reflex Visier Mit dem Recurve Bogen du Lappen Recurve Junge Und jetzt werden wir die Glocke schon da hinten einnehmen mit dem geilen Gyrocopter Schwing dein Arsch mal in das Ding rein Alter Genau, ich hab das scheiße noch glaub noch nie geflogen Showbox jetzt hinten drin Also wir feiern das übelst hart Aber annähern, nicht reinfliegen, wir haben nur Bogen, wir machen Sneaky Sneaky, genau wir machen Sneaky Action, ist in Far Cry 4 E immer ganz gut Guckt euch mal bitte diese Epic Aussicht an Das ist wirklich geil Land mal ein bisschen weiter, geh mal links, 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 links Um auf der Ebene da links, weiter links Ja, ja Und dann um auf der Ebene dort, genau Alter, das ist echt geil so zu fliegen dann so Und überall diese Monster-Adler Okay, wir nehmen jetzt erstmal in der Folge den Glockenturm ein Ja Und äh Also guck dir mal die Ebene hier an Wie das so aussieht, Alter Wie, echt? Ja Okay, alles klar Angekommen Guck dir mal die Aussicht an Komm mal her Guck dir mal so her an Komm mal her zu mir Und sieh dir was sie die Schneeberger an, dann in der Graslandschaft im Vordergrund Alter ohne Witz, oder? Hier auch geil Egal, wir können es ja nicht abdenken lassen So, aber wir können wir die Kamera ausholen mit B, oder? Nee, mit F Nee Mit Kuh Hä? Keine Ahnung, ich geh erstmal hier runter Oh leu, ich hab was geschmeusen, geschmeusen, Junge Ein Vögelchen? Okay, Showbox, mitkommen nicht von der Gruppe trennen Ja, warte Nee, pack deinen Bogen aus, ne? Hab ich Oh leu, ich muss mich heilen, ich bin runtergesprungen So, wir müssen ja wieder hoch zu unserem Geruch kommen Okay, ich bin unten, ich bin unten Warte, chill Nicht, dass sie uns sehen Da steht schon einer Warte, warte, wir werfen Werfen Fleischstückchen Ich bin dumm Geh weiter ran, werfen Fleischstückchen Geh weg Warum? Ich hab den Alarm aktiviert Hä? Egal, mehr Action Die haben mich aber nicht gesehen Einer ist tot Ja Partner entdeckt Zweiter ist tot Werfen Fleischstückchen Werfen Fleischstückchen Loscoilen, werfen Fleischstückchen Dritter ist tot Nice Kommen da auch Tiere, wenn man die wirft? Da vorne ist noch einer Chill, da läuft er Wo? Oh Gott Nice Wir müssen aber die Pfeile wieder einsammeln, sonst ist Brühe Ja Ich muss noch kurz hier meine Pfeile Wow Okay Da ist ein Tier Was? Ist es tot? Nein, nein, nein Ach, weil wir das gleich geworfen haben Ich bin gleich tot Ich bin gleich tot Ich bin gleich tot Lang gedauert Ja, warte ich muss sechs Sekunden warten Oh, scheiße Kannst du wieder bei mir spawnen, oder? Ja, weiß ich nicht Geh mal wieder hoch, geh mal hoch schonmal Ich geh einfach rein Ja, ich spawn hier Wo hier? Ja, lieg ich, Alter Geh hoch, geh hoch Hast du nichts verloren Was? Kann man erstmal gar nicht springen So, ich bin wieder da Wollt ihr mich jetzt verarschen? Geh mal, geh mal hoch her Kannst du wieder hoch springen? Ich kann gar nicht mehr springen Warte noch was, wir mal ganz kurz in die Einstellung Hä? Ich hab irgendwas umgestellt Ich kann gar nicht mehr springen Ich bringe Kuh, was willst denn du jetzt? Okay Äh, Moment Die Leiter ist auf jeden Fall hier Hä, sind wir dumm? Jetzt kann man hier irgendeine Scheiße Hä, wo? Da ist die Leiter Ja, das müssen wir ja aufmachen, oder? Hier, das Schloss da Oh, wir sind echt ein bisschen minderwertig, oder? No? Ach, jetzt, ah So, und jetzt? Entschuldigung Einfach hoch Achso, hier hoch, ja Digger Ja Ja, okay, geh du vor Komm Ich kann ja nicht hoch Drück E oder so Boah Hat auch lang gedauert Alter, wir haben noch leichte Kommunikationsschwierigkeiten Ja Ja Äh, nein, 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 nein Das war nur bezogen auf das hier hochgehen Wir müssen hier wieder rein Wir müssen hier hoch Komm her Sag Ja Ich hab keine Ahnung Ja, ja, folg mir einfach, ich hab Ahnung Ey, es leckt Hier, hier geht's auch Duschbaden Du bist hier hochgegangen, oder? Ja Okay Oh, hier musst du springen? Huah Nee Hartz-Stump-Rund-In-Faq-4 Es geht immer schief von mir Uh Hat sich gereimt Nein Oh 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 Nice, Alter Bin voll schlau und so Voll der Babu Okay Huah Hast du das gesehen, Digga? Ich bin irgendwie durch das Fenster gesprungen Und jetzt? So, ich geb dir mal die Ehre, das Ding dort zu betätigen Nö, ich krieg das ja überhaupt nicht hin Ich weiß grad nicht, wie das hier mit dem Sound da ist Und So Let's go! Das erste, was wir zusammen gemacht haben Um Raffusch Flockenturm befreit Oh Ging Ganz flott Herrliche Folge, Leute Wow Rabins Haus, Junge Hoch in die Orte Treue Kammer Hä, hier wird was anderes angezeigt bei mir, glaub ich Tigerbau Ja, bei mir auch Tigerbau Egal Okay Wollen wir noch kurz irgendwas kleines machen? Nein, lass uns noch hier runter Lass uns noch hier runter Dingsen Hier runterfahren Welche Richtung? Warte Wie, welche Richtung? Es gibt vier Runtersausungen Ach so So, na die längste Nee die nicht hier, die ist die 2 2 Ja hier, sei ruhig zu benutzen Mach du Oh Gott Als er fast wieder gestoppt Loin Die Kaname, danke Zack Oh ja Jetzt wählen die mich hier mit Kommer zu Ich lauf einfach weiter Guck mal, was ist hier Was ist hier was ist hier Shopbox-Warte, wir machen mal schnellvordan es kam er zu gehen Ok Kamer Ereignis, wo 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 wo? Ja, das ist wirklich gut ohne Hä? Hallo? Ok Kamer Ereignis oh, Digger da vorne ist ein Gegner Come on Bitch Nice Warte, wo ist jetzt? Ja, da haben wir schön den Gegner gekillt Hier gibt's kein Kamer Ereignis mehr Das wurde gerade angezeigt Neee Lass mal im Gyrokopter noch mal irgendwo wegsausen. Der ist aber da ganz oben. Kommst du nicht mal hin? Hä? Warum ist der hier? Jetzt kannst du die Fahrt genießen. Warum ist der hier? Achso, lol. Stimmt. Wie kann ich hoch? Wie kann ich hoch? Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Äh... Soll ich gehen? Äh, nee, ich hab's. Okay, hier ist der unser schöner Turm. So, unser Turm, ihr Spaßen. Hinten ist noch einer. Showbox? Hier piept irgendwas? Äh, leichte Turm, leitzen! Digga, was machst du? Digga? Wir waren zu hoch. Entschuldigen Sie bitte die kleine Ausnahme. Oh, das ist so unbeugt. Äh, ja, Nico. Dankeschön. Haha, Spaß. Nee, muss echt sagen. Ich würd mal gar nicht hier runtergucken. Ich kann hier gar nicht runtergucken, Showbox. Oh, lol. Das ist ein Gegner. Sind das Gegner? Land da. Warte, nee, ich flieg so, dass ich's abschließen kann. Du kannst doch schon abschließen, oder? Nee, es ruckelt. Digga, warum drehst du dich? Weil die uns sonst entdecken. Ja und? Dann entdecken sie uns eben. Oh, lol. Ah, fast. Ja, fast, Alter. Ach, come on. Go, go. Ja, jetzt flieg da hin. Ja, komm, wir machen da. So, okay. Oh, ich bin fast tot. So, wirklich, fliegst du bitte mal weg? Ich bin tot. Ja, ja, sag's. Ja, ja, ja. Digga. Ja, ja. Heil dich. Ja. Ich bin strong. Ich weiß. Aber ich krieg mehr Schaden, als ich mich einigen kann. Flieg wieder hin. Okay. Und dann, mach mal, flieg ganz, jetzt schon ganz flach, dass ich ganz schnell wieder absteigen kann, ohne Fallschaden zu bekommen. Wenn du machst, du kannst dich nicht alleine fertig machen. Hänger, klar. Ja, go, go, raus. Ja, ich bin gleich tot. Ja, ist doch schon wieder Bullshit. Oh. Belebe ich wieder. Wo bist du? Hier. Ich heil mich gerade. Ich heil mich gerade. Ich kann nicht abbrechen. Oh, nein. Kann ich nicht wiederbeleben. Was ist mit E oder so? Steht nicht da. Mach irgendwas. Ja. Steuerung zu. E, Q, irgendwas. Na, ich kann nichts rücken. Hallo. Na, es steht nichts. Also, ob man seinen Teampartner nicht heilen kann, heil dich erstmal voll. Vielleicht geht das dann. Ja, jetzt wiederbleiben. Ich muss voll sein dazu. Alter. Das war jetzt, äh, Hoth. Das war krass, ja. Alter, weil das immer so ist, alter. Das war bei, das war bei einem Klockenturm so, alter. Wenn wir dann eine Festung einnehmen, wer weiß, wie das dann aussehen wird. Oh, ja. Lass auf jeden Fall eine positive Bewertung da, wenn wir weiter im Co-Op-Modus spielen sollen. Dann nehmen wir nächstes Mal die Festung ein. Die Festung. Die Festung. Welche Festung? Äh, kann honestion, die. Ist denn auf der Map zu sehen? Ich weiss gleich gar nicht. Ja, da ist AN das ein Klockenturm noch... Oh, shit. Äh, okay, level etwas ver productive 2015 da. Und dann bis zum nächsten Mal, sehr schön. Haut rein, žeéde! Tschüss.